Liebe Gesundheitsfreunde, herzlich willkommen zur dritten Folge von Wissenschaft Gesundheit. Ich bin Dr. Markus Stark und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, unsere Ernährung. Unser Erbgut hat sich in den letzten tausenden Jahren kaum verändert, aber unser Lebensstil und unsere Ernährungsgewohnheiten dafür umso mehr. Wir nehmen heute oft den falschen Treibstoff zu uns. Unsere genetische Grundausstattung ist schlichtweg nicht darauf ausgelegt, große Mengen an Kohlenhydraten zu verarbeiten und gleichzeitig wenig Bewegung zu haben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mensch insgesamt 50 Substanzen zum Leben benötigt, von denen 45 aus unserer Umwelt stammen. Zu diesen lebenswichtigen Stoffen gehören 21 Mineralien, 13 Vitamine, Aminosäuren, 10 für Kinder, 11 für Babys und 2 essentielle Fettsäuren. Auch Wasser, Sauerstoff und Sonnenlicht zählen dazu. Unser Körper ist auf die Aufnahme dieser Stoffe von außen angewiesen, denn er kann sie nicht selbst produzieren. Interessant ist, es gibt essentielle Proteine, es gibt essentielle Fette, aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate und schon gar nicht in Form von Vollkorngetreide, Kartoffeln oder Reis. Trotzdem wird empfohlen, dass wir mindestens 55 Prozent unserer täglichen Kalorien aus Kohlenhydraten decken sollten. Noch extremer wird es, wenn jemand an Diabetes erkrankt, dann wird der Kohlenhydratanteil sogar auf bis zu 75 Prozent der Tageskalorien erhöht und dazu geraten, fünf Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen. Erstaunlich, dass solche Empfehlungen sogar in Krankenhäusern gegeben werden, doch dazu später mehr. Wenn wir in die Geschichte blicken, sehen wir, dass der Mensch die meiste Zeit seiner Evolution als Jäger und Sammler verbracht hat. Erst vor etwa 10.000 Jahren kam mit der landwirtschaftlichen Revolution eine entscheidende Veränderung. Der Mensch begann, nicht nur das Land zu bestellen, sondern auch Früchte und Getreide anzubauen. Doch dieses Getreide war nicht das, was wir heute kennen, sondern Samen von Gräsern, die mühsam gesammelt und zu Mehl verarbeitet wurden. Statt von wilden Tieren, Früchten, Wurzeln und ab und zu etwas Honig lebte der Mensch zunehmend von der Weidewirtschaft, vom Ackerbau und vom Getreide. Der Übergang von der Lebensweise der Jäger und Sammler hin zu einer Ernährung, die zunehmend auf Getreide basierte, hatte gravierende Folgen für die Menschheit. Tatsächlich war diese Phase von einem deutlichen Rückgang der Lebenserwartung begleitet. Mit der Getreide-Evolution kamen auch viele Krankheiten. Was hat sich verändert? Zum einen die Statur der Menschen. Sie wurde kleiner und anfälliger. Infektionskrankheiten nahmen zu und die Lebenserwartung sank. Auch die Kindersterblichkeit stieg an. Ein weiteres Problem, das wir bis heute kennen, Karies, das durch die vermehrte Zufuhr von Kohlenhydraten gefördert wird. Für unsere Vorfahren war diese Umstellung also keineswegs leicht. Vermutlich kamen sie nur so lange mit dieser neuen Ernährungsweise zurecht, weil sie körperlich hart arbeiten mussten und dadurch die überflüssigen Nährstoffe noch verbrennen konnten. Aber mit der Modernisierung und dem schrittweisen Verlust der körperlichen Aktivität verschlimmerten sich die Stoffwechselprobleme weiter. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, sehen wir, dass die Menschheit mindestens 120.000 Generationen als Jäger und Sammler gelebt hat. Das sind 99 Prozent der Zeit, seit es die Gattung Homo sapiens gibt. Im Vergleich dazu haben wir erst 500 Generationen als Ackerbauern hinter uns. Das sind gerade einmal 0,5 Prozent der Zeit. Und seit der Industriellen Revolution sind nur zehn Generationen vergangen. Nun stehen wir in der sogenannten Gengeneration, in der sich unsere Umwelt und Lebensweise radikal verändert haben. Aber unsere genetische Anpassung, die beträgt gerade einmal 0,5 Prozent alle eine Million Jahre. Das zeigt, dass unsere Gene kaum mit den rasanten Veränderungen Schritt halten können. Und damit kommen wir zu einer spannenden Überlegung. Wie sieht eine artgerechte Ernährung für uns Menschen aus? Die Antwort liegt möglicherweise in der Vergangenheit. Die sogenannte Steinzeiternährung, oft als Paleo-Diät bezeichnet, ist weniger eine Diät zum Abnehmen, sondern vielmehr eine gesunde, natürliche Ernährungsweise. Das Prinzip ist einfach, wir sollten das essen, was unsere Vorfahren vor Jahrtausenden gegessen haben. Dazu gehörten Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Obst, Gemüse, Nüsse, Kräuter, Pilze und in kleinen Mengen auch Honig. Was unsere Vorfahren jedoch nicht kannten. Milch, Wurst, Getreide und vor allem Zucker. Heute ist der Durchschnittsösterreicher etwa 80 Kilogramm Getreide pro Jahr. Oft als gesund angepriesen, weil es angeblich viele Faserstoffe liefert. Doch tatsächlich brauchen wir diese Faserstoffe vor allem aus Gemüse, nicht aus Getreide. Außerdem kommen die noch etwa 50 Kilogramm Zucker pro Jahr dazu. Ob diese Mengen tatsächlich zur Gesundheit beitragen, ist fraglich. Wenn wir uns die Steinzeiternährung genauer ansehen, fällt auf, dass sie den Körper überwiegend mit Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten aus Gemüse und Obst versorgt und nicht mit verarbeiteten Kohlenhydraten wie Mehl, Reis oder Kartoffeln. Salz, Zucker, Zusatzstoffe oder Milchprodukte standen damals ebenfalls nicht auf dem Speiseplan. Seit wir vor etwa 5000 Jahren begannen, Getreide anzubauen, hat sich unser Verdauungssystem kaum angepasst. Die genetische Anpassung ist einfach zu langsam. Ein weiterer Irrglaube betrifft Proteine. Oft wird behauptet, eine proteinreiche Ernährung schade den Nieren. Doch Studien zeigen, dass eine erhöhte Eiweißzufuhr im Austausch gegen Kohlenhydrate, das Cholesterin senkt, die Triglyceridwerte verbessert und bei intakter Nierenfunktion absolut unbedenklich ist. Warum also essen wir heute so viel Getreide? Durch die industrielle Revolution und die massenhafte Produktion von Nahrungsmitteln ist die Weltbevölkerung auf etwa 8 Milliarden Menschen angewachsen. Ohne Getreide wäre es unmöglich, so viele Menschen zu ernähren. Weizen, Mais, Gerste und Hafer liefern heute mehr als die Hälfte der globalen Energiezufuhr. Doch das hat auch seinen Preis. Zu viele Kohlenhydrate in Form von Getreide, Kartoffeln, Zucker und Mais machen uns krank. In der Tiermast wird Getreide genutzt, um Rinder schnell zur Schlachtreife zu bringen und dasselbe Prinzip wirkt auch bei uns Menschen. Ein weiteres Problem, Getreide enthält nicht die Nährstoffe, die wir wirklich brauchen. Es liefert kein Vitamin A, kein Vitamin C und auch kein Vitamin B12. Stattdessen enthält es Stoffe wie Phytat, die wichtige Mineralstoffe binden und die Aufnahme von Zink, Eisen und Jod blockieren. Auch Pestizide und sogenannte ATIs, die in Getreide hochgezüchtet wurden, um Schädlinge abzuwehren, schädigen unseren Darm und führen zu Entzündungen in den Blutgefäßen. Und diese Entzündungen sind der eigentliche Grund, warum sich Cholesterin in unseren Arterien ablagert und das Risiko für Herzinfarkte steigt. Getreide ist also keineswegs das Grundnahrungsmittel, für das es oft gehalten wird. Im Gegenteil, es kann unserer Gesundheit sogar schaden und das betrifft nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Getreidekonsum und neurologischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Bewegungsstörungen. Der Grund, Substanzen wie Gliadin, die in Getreide enthalten sind, können im Darm nicht richtig abgebaut werden und wirken ähnlich wie Morphium auf das Gehirn. Diese sogenannten Exorphine können sogar Autismus-Symptome verstärken. Auch Milchprodukte enthalten ähnliche Stoffe, die den Darm belasten und zu Verstopfungen führen. Und obwohl wir heute oft hören, dass sich der Mensch an Getreide und Milch angepasst hat, ist das nur in sehr geringem Maße der Fall. Unser Verdauungssystem hat sich praktisch nicht verändert. Was sich jedoch verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir diese Lebensmittel konsumieren. Und das hat leider viele negative Folgen für unsere Gesundheit. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir haben heute tief in die Evolution unserer Ernährung und die Herausforderungen der modernen Essgewohnheiten geblickt. Unser Körper ist auf Bewegung und nährstoffreiche, unverarbeitete Lebensmittel ausgelegt. Doch der moderne Lebensstil hat sich davon weit entfernt. Die Folgen sind weitreichend und betreffen uns alle. In der nächsten Folge werden wir über die Rolle von Vitaminen und Mikronährstoffen sprechen. Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll? Welche Vitamine fehlen uns am häufigsten? Und warum hat sich unsere Nährstoffversorgung im Vergleich zu unseren Vorfahren so stark verändert? Bis dahin denken Sie daran, unsere Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Und manchmal erfordert es, dass wir einen Schritt zurück machen, um wirklich nach vorne zu kommen. Bleiben Sie gesund und achtsam. Ihr Dr. Markus Stark